Ok Leute, wir sind jetzt hier. Ich mache jetzt meinen Rucksack auf. Ok, jetzt geht's. Ich muss meine Netze nehmen. Und jetzt sind wir auch da gewesen und ich habe meinen Stoff drauf gestellt. Und wenn ich den Stoff noch mal vor möchte, kann ich es nehmen und branchen. Ich muss euch drehen. Und jetzt sind wir hier ab in Paisen. Ich gebe jetzt mal an den Paisen. Ich gebe jetzt mal an den Paisen. Ich gebe jetzt mal an den Paisen. Ich bin hier an den Paisen. Ok, jetzt müssen wir hier ein paar rise. Wir wissen, wir haben in Paisen. Wir machen jetzt ein paar Rucksäcke. Kannst du immer den Teig machen? Ich versuche, den Teig zu fangen. Ich habe es vergessen zu sagen. Sie kommen jetzt nicht raus. Warum tust du mich über dich? Ja, sie kommen schon raus. Sie kommen jetzt gerade... Also sie kommen jetzt schon raus, aber... Ich kann jetzt nicht sehen. Also wenn einer kommt, vielleicht hoch zu fangen. Vielleicht nicht. Ja. Vielleicht muss ich mir im Stock sein, oder wir sehen, dass sie noch eine Grünze lag. Vielleicht wissen sie ja auch nicht, was das Fischen jetzt ist. Mach schon so. Ja. Kurz falsch machen, schon so durch mich. Okay. Es sind keine Einzige. Es sind keine Einzige da. Ich kann noch da gehen, oder? Ich kann noch da gehen. Ich kann noch da gehen, oder? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es sind gar keine Rüse, Leute, gar keine, gar keine Einzige. Ich mache mir noch so viele Fähigkeiten. Das geht noch gut. Ich habe noch nie пойдet zugd Hier ja können wir die Rüse Aber ich sehe schon die Sachen, ich sehe schon, wenn sie in den Mund kommen, aber ich sehe sie, wenn sie in den Mund kommen, wenn sie in den Mund kommen.